Ich hasse Kopfkrammen. Hast du sie auch? Oh, ein Spucker. Oh ja, geil, mach das mal kaputt. Wenn dann richtig. Du musst zielen. Kannst du nicht mal zielen. Spuck doch mal ordentlich. Du sagst spucken, Junge. Oh ja, der war gut. So, die Dienste sind nicht mehr von nöden. Und machen wir hier mal einen jetzt kaputt. Und das war für einen Arsch. Aua. Mann, du. Du darfst mich nicht treffen. Du warst schon durch. Scheiß, wie ich er hier geschieden habe. Ohne Hände. Wir haben hier eine Steuerung. Hoppsa. So eine. Was ist das? Kann man das kaputt machen? Oh. Ja. Oh, Gefahr. Oh, Explosive. Oh, scheiße, Dynamit. Die Herrsche lagern Dynamit hier. Brechersen haben wir schon. Oh, wir haben wieder. Oh, keine Ahnung. Oh, fünf Stück. Geil. Ich hab doch gar nichts berührt, Mann. Macke. Die Dinger explodieren noch nicht wirklich, oder? Scheiße, was ist da drinne? Oh. Ich darf das Ding nicht mehr berühren. Aber sonst war es tot. Scheiße, die waren da, ey. Voll diese Explosiv-Dinge. Was macht das Hebel? Macht er dort denn auf? Geil. Oh, ein Pasch. Geil. Ah, nein. Ah. Klatsch. Oh, Zielscheiben. Habt ihr sie vermisst? Ich auch. Hab ich auch nicht gesagt, welche Folge das ist. Das ist Folge 5. Ups. Verkürssen. Na, das ist ja egal. Solange es in der Playlist steht. Boah, leben. Ich sehe leben, aber das bräuchte ich nicht. Nein. Oh, Zielscheiben. Süße Zielscheiben. Bam. 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 Zielscheiben mit vier Schüssen. Oh. Kommt her, ihr Zielscheiben. Schalalalalala. Bam, bam, bam. Und bam, und bam, und bam, bam. Mann, stimmt doch. Kann ich hier holen, aber sterben hier. Oh, scheiße. Sie bewegen sich aber recht schnell. Ich sehe dich da hinten. Genau, Ziel noch und zack. Ne, der lebt noch. Der lebt noch. Ich sehe seine Augen. Ah, die Zielscheibe lebt. Ah, jetzt stirbt er hinten. Oh, ich habe ihn getroffen. Sehr sauber. Wir nehmen den Zug. Denn mit dem Zug sind wir viel schneller. Da unten ist doch nichts, oder? Ne. Fahren, fahren, fahren mit deinem Zug. Schalalalalala. Oh, der wird tot. Oh. Au. Au. Wow. Was? Was war das denn? Scheiße, die wandern. Ja, ich mache Harry-Curry. Bim, bim, bim. Tot durch Suppe. Das wollen wir nicht. Vielleicht. Vielleicht kann ich, wenn ich richtig anspringe, ihr wisst schon, anspringen und dann mit voller Woche hochfliegen. Also so. Wow. Okay, das war es nicht. Wir sparen uns einen Weg. Und. Ja, das lassen wir mal. Hui. Oh, Platsch. Unsere Leiche wurde gekämmt. Oh, ich sehe ein Leben da unten. Aber das lasse ich, oh, Entschuldigung. Aber das lasse ich mal lieber. Also springe ich mal vorher ab hier. Bap, 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 bap. Ach, ich hasse diese Suppen, Spocker. Wie lange, wie viel, wann brauche ich? Oh, die Krabbe folgt uns sogar in den Tod. Nicht schlecht. Er spricht. So, geschafft. Dann lasse ich das lieber und ich unterlasse es jetzt einfach mal darüber zu springen. Ich denke mal, es ist scharf machbar. Wird viel Schwung hier rüber zu fliegen, aber ich lasse das lieber. Das ist mir zu viel Aufwand und zu gefährlich. Außerdem haben wir noch nichts geschafft. Denn wir haben noch 100 Lebenspunkte. Und, Mensch, diese Geigezähl kann einem auf den Nerv gehen, ne? Aber wir sind eben gleich los, hoffe ich. Gehen hier rein und gehen hier links. Noch ein Spucker. Noch ein Spucker, noch ein Spucker. Oh, Scheiße, der ist da unten. Und der zieht gut. Oh, drei Schaden. Ich will hier erstmal draufbleiben. Oh, das ist da schon wieder einer. Ne, die brauche ich für Soldaten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017